Wir, die Blasmusik Mödling, bedanken uns bei der Gartner Blasmusik recht herzlich für die Nominierung zur Cold Water Challenge. Wir kommen dieser Aufforderung natürlich sehr gerne nach und wollen weiters nominieren. Erstens, die Badenberger Big Band B4 aus Mödling. Zweitens, das Starlanger Musikkorps SMK 1919 aus Norwegen. Und drittens, die Gruppo Instrumentale Malé aus Italien. Jetzt, für unsere foreign Freunde, die Blasmusik Mödling, vielen Dank für die Nominierung zur Cold Water Challenge. Und wir werden drei andere Gruppen nominieren. Die erste ist die Badenberger Big Band B4 aus Mödling. Die zweite ist die Starlanger Musikkorps SMK 1919 aus Norwegen. Und die dritte ist die Gruppo Instrumentale Malé aus Italien. Danke. Wir haben natürlich nicht vergessen, der Wetteinsatz. Wenn ihr das nicht schautet, binnen einer Woche ein ähnliches Video zu posten, sind zwei Kisten Bier fällig. Wir würden uns freuen. And now for our foreign friends, if you don't post a similar video like this, within one week you have to drink two trays of beer at your next visit in Austria. Thank you. They call him Flipper, Flipper, faster than lightning. Winkfa! 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 W Das war's für heute. 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 Das war's für heute.